So, wir müssen das immer wieder zurück. Können es erst mal probieren. Nein, will sie nicht. Ja! es ist mir normal und nichts zu essen dabei wird so fast dass hier hinten einer kommt so Oh, ne Kanate. 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 Oopsie. Oh, ne Kanate. 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 dann bloß noch so Dings ne ouch ja 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 hart ja Von hier sind wir nicht gekommen. Wir sind gleich draußen. Nein! Alter, der hat uns erwischt, kurz vorm rausgehen. Hier unten sind wir grepiert. Das heißt, wir müssen dann in der nächsten Folge uns da mal, ja, unseren Staff zurückholen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Beide sein. Bis zumindest mal. Was passiert, wenn man unvorbereitet einfach mal in den Dungeon errennt. Tschüüüüüüüüüüüü.